Musik Zum zehnten Mal lockte der Bratapfelsonntag in die Stadt Mendig. Natürlich durften auch dieses Mal die leckeren Bratäpfel nicht fehlen. Rund 1000 Stück wurden an diesem Tag an die Besucher verteilt. Die Mendiger Gewerbetreibenden hatten anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags viele Angebote und Aktionen für ihre Kunden vorbereitet. Unser Bratapfelsonntag in Mendig ist ein super Event. Es hat sich zu einem größeren Einkaufs- und Wungelspaß für Groß und Klein entwickelt. Heute haben wir natürlich ein super Glück mit dem Wetter. Das spielt natürlich uns sehr zu. Viele Besucher haben wir zu erwarten oder sind schon da. Wir freuen uns an vielen Angeboten, die wir auch mittlerweile immer mehr auf der Straße bieten. Und ich sage mal als Werbung-Mannschaftsvorsitzender ein gelungenes Event. Ich hoffe, dass die Besucher in Mendig und unsere Gäste viel Spaß hatten und auch unsere ganzen Angebote ausreichend nutzen konnten. Manche Stände hatten praktische und fantasievolle Geschenkideen. Während die Kleinsten sich auf dem Kinderkarussell amüsierten, ließ die große Autoschau auf dem Marktplatz vor allem die Männerherzen höher schlagen. Auch der kostenlose Pendelverkehr mit der Bimmelbahn wurde gut frequentiert. Der diesjährige Bratapfelsonntag in Mendig bot nicht nur ein besonderes Einkaufserlebnis, sondern ein Fest für die ganze Familie.